Große Truhe Hier sind Panther aber die sind schon zwölf Oh shit achso Das ist glaube ich kein Panther Doch da sind Panther Manet das bist gar nicht du Nö Scheiße Bist du Da Ja ich versuche nur irgendwo rauszufinden wo es hier lang geht Wo man so Pantherchen finden kann hier Welche Hütten hier Da ist ein Panther Der ist aber zwölf Ja Das zählt für uns nicht Also nutzlos hier Ist das? Ja hier lag auch was da wollte ich eigentlich auch an Aber naja Der Schamane glaubte hier an Der Schamane Alter die machen uns hier alle weg hier Kriegst ja gar nichts für Gibt es keine Emotes wie anspucken oder so? Auch ein Panther Der ist schon tot Echt? Wir müssen weg von denen hier Das ist voll scheiße Hier ist ein Tiger Zählt das auch als Panther? Nein Oh fuck Die 1 Sachen oder toll Ich brauche selber hier alles mögliche pullen Wir müssen hier drin Abgeschlagene Klaue Nur keine Sache Weißt du ich finde dieses Beute Dings ist total scheiße weil da kriegt ja offensichtlich der der zuerst zugreift ne? Die sind überall so ne scheiß Tiger Vielleicht kommt man von hier wieder auf die andere Seite und dann Komm Komm So nehm ich mal die Beute Scheint dass hier keiner ist dass wir nicht häuten können oder irgendwie Beruf haben Hm Hm Ich glaube hier geht es eigentlich nicht weiter Denke ich mal Da unten steht irgendeiner Der hat einen Panther Oh die sind 10 und dahinter ist noch einer oder? Ja Der sind doch aber nicht diese Bande Den muss man umhauen Guck mal da hat so sein Questding drüber Ja Oh, jetzt müssen wir aber alles geben Hier Oh ich muss schnell was Fuck 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 Hau nicht ab, hau nicht ab. Ich bin gleich tot. Ja, ich... Hau den Jäger, aber so schießt er ja auch. Der Panther hat aber mehr Schauen gemacht. Wieso hast du mich, mein Gott, wenn du mich da einfach verrecken lässt? Wir müssen uns dasselbe Ziel nehmen, wenn die so groß sind. Wo bin ich denn jetzt hier? Was ist denn das hier? Hier ist auch ein Kursziel. Wo ist die Karte, überhaupt? Was ist das? Ist das außerhalb? Menschliche Überreste von Dämonen. Ja, das... Wir müssen diesen roten Pfeil folgen. Ich will diesen roten Pfeil, sie können. Auf dem Minimip da oben. Soll ich hin. Nein, das ist doch dieser... ... Das ist nicht so ein Gefäß Wo sind wir hier? Hellsand Oh wie ist es gegen Sachen neben Wasser? Ist aber alles leer Ich hab schon weiß ich nicht wie viele hat dieser Beutel angefragt Benutzt aber die sind alle leer Ja Ja müssen wir aber jetzt wirklich einen einzeln immer pullen Haben wir? Scheiße Wir hatten noch einen Bogen Scheiße hier war doch irgendwie Waffen wechseln Ich weiß nicht mehr wie das war Da konnte man irgendwie zwischen Bogen wechseln Ich hab keinen Goren Ich hab keinen Goren Geh mal zurück Ähm Wie funktioniert hier kein Escape doch jetzt? Äh Steuerung Und ich hab den gepult und der haut den Also wir warten zu lange das ist ja echt Jetzt Jetzt habt ihr den anderen auch Ja ist doch schön Ich hab grad Ich hab dich jetzt um Weil du mir irgendwie doof kommst hier Das wird zu lange warten Ich konnte ja grad nicht Ich hab ja grad ein Menü von mir gehabt Ich hab jetzt dich nicht gemeint Was willst du? Ja ist gut Ja dann komm runter Ach guck mal Ja Hast du grad gesehen was hier so Gewabert hat? Ne Das sind Kokosnüsse Die müssen wir auch rein sammeln Ich hab das zufällig gerade gemacht Da oben sind wieder diese Tiger Scheiße ich sehe gar nichts durch diese Blöde Vegetation Ähm Was ist das? Siehste Hier war aber das auch so Siehste das hier? Dieses Gewabere hier Ja Das sind Kokosnüsse Die musst du nur einsammeln Also ich hab jedenfalls so ne Quest dafür Ähm Diese Säcke brauchst du eigentlich gar nicht anfassen Also ich hab jetzt schon bestimmt 6-7 davon gehabt Die sind alle leer Oh da ist ein Panther hinter dir Äh aber ne 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 Achso puh Ich dachte der war 22 hier Hab mich verlesen Alter geht ja Der hält ja ganz schön was aus Jetzt ist noch so ein Schläger dazu gekommen Oh Gott ich fahrgleich wieder Oh Scheiße Nee ey ey Oh Nicht schon wieder Oh Oh Was kommt sonst so? Kate Ich weiß nicht, kann auch sein dass wir zu klein hier einfach sind oder ich weiß nicht Ich nehme einfach jetzt einen anderen Weg Oh, das ist nicht unten Oh, oh, oh. ja sie sind er vor uns ist ich brauche noch vier oder so er scheiß jetzt fehlt mir ich habe irgendwie ein move hier weggegangen das ist dann irgend so ein Asagi gerade rangegangen oh oh, da habe ich ihn noch hier ist nichts hier ganze den Bäume umgelegt Das ist ein Quanto. So, einen brauche ich noch? Vor mir ist noch einer. Regenerier mal irgendwie bis er halb tot. Geh weg, geh zurück, geh zurück. So, du bist. Nee. Siehst du, jetzt wollte ich mich auch schon wieder so ein Abschaubender einladen, ne? So, okay, lass mal ein bisschen vor. Ich hab hier, mir fehlt gerade so ein Kampfding. Jetzt hab ich irgendwie aus der Leiste gezogen. Mal kurz gucken, ob ich das wiederfinde. Hm. Du hast auch keine Ahnung, wo diese Kampfdinger sind, ne? Zum Angreifen oder so? Kampfding zum Angreifen? Ja, diese Moves. Ich hab so ne Leiste auf der rechten Seite. Keine Ahnung. Hm. Ich hab schon, dass das... Kombos zaubern speziell. Da. Ja, das Blöde ist, irgendwie kann man die Leiste hier nicht fixieren, glaub ich, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vorteile Leiste ein-ausblenden. Äh, ne. Gut, jetzt brauchen wir noch Kokosnüsse. Ich brauch noch einen Konto. Hm. Hm. Ja, da unten sind wir welche, aber die werden ja gerade zackt. Vielleicht hier vorne hin. Ja, hier ist auch schon noch ein Penner. Ja, jetzt sind wir mal gestorben. Ich sammle mal eben schnell die Kokosnuss. Hier oben meinst du? Weiß ich nicht. Guck mal. Ticker. Ja. Ja, stimmt hier. Das ist, glaub ich, die Ticker Gegend. Oder wir laufen erst mal am Strand lang. Das ist wieder so ein Fleischfressendes Ding. Ich will ganz kurz was gucken im Inventar. Vorsicht, die laufen, die am Strand. Ja. Da kommt der. Ich glaub wir warten mal ganz kurz. Da läuft auch schon irgend so einer. Die laufen alle lang hier, ey Ficker. Ja, scheiße, weil wir nix zum Ding ins Kirchen haben. Wollen wir trotzdem mal ran? Bitte? Ran oder was? Ran an was? An den Jäger. Ja, dann mach das. Hier sind wir gestorben. Diss mal nicht. Diss mal nicht. leerer beutesack da hast du hier alles jetzt ne? jetzt habe ich alle panta so hier gibt es noch kokosnüsse ich sammle auch eins ja sammle mir auch eine kokosnuss aber guck mal dass sich hier nicht genau einer wegballert zwei brauche ich nur weißt du? ich auch zum zufall ich frage was dann besuchen wir mir ist ja alles so lilafarben eingefärbt auf der minimap da ist irritiert irgendwie